hallo zurück und meine facecam ist lila jawohl egal ja willkommen zu card hunter sebastian ist natürlich auch voll am start und wir werden jetzt mal schauen dass wir diese highway robbery vielleicht tatsächlich noch mal schaffen bist du echt lila ich bin so lila aber ja jetzt nicht mehr stimmt oh die die cam hat sich erholt scheinbar aber als ich gerade das video gestartet war alles lila hat man nicht überhaupt gesehen ja auch in lila ja leila macht geiler also ab geht's in adventure hier ach wir sind doch verreckt das letzte mal ja und zwar genau hier deswegen das machen wir jetzt besser ne oder wir kriegen xp dafür dass wir noch mal sterben ja was ich für wahrscheinlicher halte ach das komplette ding es startet jetzt von neu ja alter das waren ja das waren ja drei sachen sollen wir uns direkt nach hier hinten in die ecke verziehen oder ob wo ist hier hinten ach so ganz linke ecke vom spielfeld können wir gerne machen aber hinter den busch wir haben ja schon die bessere ausrüstung hier haben wir behalten ja die haben wir bald stimmt okay dann oder ansonsten sagt eine alternative wo wir hin und sollen nur der busch ist gut oder du hast so einen weiblichen charakter ne gehe ich jetzt hier ja ja guck pass auf dem busch oha ich weiß nicht ob meine menschenfrau auf zwerge steht ist das ist das nicht eine elf nee ja so spitze ohren ja ist aber ein mensch ich habe mensch paladin typi hier genommen mensch ein spaladin was kannst du eigentlich so umgeschmissen ja ich bleib hier einfach mal wieder stehen das ist voll spannend und so ich stehe hier rum und guck da und trinkt boah den ersten critical strike was machen die jetzt polonese oder was alter vater screenshot oh jetzt jetzt willst du wissen kollege ne ja komm der siebener geht jetzt gleich drauf ja ich kann leider immer noch nicht cheerio hau mich nicht ich wollte gerade sagen direkt geblockt schön echt mal fällt ihm ein okay runde vorbei sehr schön das weg das weg läuft ich habe gestern so ein gestern war nikolaus und da habe ich von meinen eltern so ein geiles kartenspiel kriegt ja also so standard marmau halt aber weißt du was auf der rückseite ist hm flug ah cool hammergeil ne die haben flug fotografieren auf die rückseite bedruckt das ist echt cool pass auf ich stelle mich jetzt mal neben dich und dann kann ich gleich hier so back to the chopper machen dann chopp ich nehme mich da einmal durch die leute durch wir wurden hart eingekreist ne get the chopper einkreisen ist so relativ weißt du ja mach mal die drei weg what the fuck warum hast du die denn benutzt weil weg die säue und so warum hast du denn nicht den knüppel der lust benutzt weil ich dann direkt zweimal damage gemacht hab die haben kein schild du hast doch nicht beiden der mensch gemacht doch doch damit mit dem chopp kannst du zwei leuten der mensch machen okay ich hau ab ey 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 allen allen na gut pass auf so warum hast du ihn nicht noch ins gesicht gegeben und danach hier ja das kann ich gleich auch noch die kommen ja jetzt den hättest du gekillt der passt doch jetzt der passt den ball zu äh berni blindmann ja was kommt jetzt ach so ich muss karten wegwerfen was wird wohl passieren ja na dann lasst du kommen ja guck mal da schatzi na nix kann der wie geht's dir sure strike blessing wäre ziemlich verschwendet oder ich krieg den kaputt mit dem ja ich weiß grad ne ach komm ich rein backbiting strike ja genau halt ich mal und cheerio das heißt die zuschauer sehen jetzt alles nochmal von vorne ja aber diesmal sehen sie dass wir uns verbessert haben im gegensatz zu vorher ach ja ja ok so pass auf ich beleg dich jetzt mit frenzy dann machst du nämlich mehr damage voll geil so jetzt hol ich meine keule raus und dann geht's voll auf den sack bäh so und jetzt belege ich dich noch mit sure blessing dann trifft dein nächster angriff nämlich auf jeden fall egal was passiert ich habe egal ob rüstung oder nicht und dann heile ich mich aber die runde sobald die runde noch vorbei ist kriege ich doch meine bastide abgezogen oder nicht ja deswegen wäre es cool wenn du ach du hast kein ja ich wollte gerade sagen kumpel wo habe ich denn meine angriffe ich habe die schwelle verballert fu wie fu fu dich selber ich will ja nicht was ein shit habe ich nicht drüber nachgedacht da jetzt nicht nur brauchen können ja komm jetzt heile ich dich so ach kriegst du was der hat geblockt der kann blocken das wundert mich jetzt auch haben wir eigentlich unsere lebenspunkte erhalten ja ne what the fuck robin wir müssen fliegen warum ich krieg von drei leuten auf den sack ja und du hast immer noch du bist immer noch voll ja voll bin ich aber ich weiß wie lange wenn die irgendwie alle drei eine achterkarte haben dann bin ich am sack als ob so ich muss nicht laufen ich schmeiß meine laufen karten weg was zum brauche ich auch nicht so ja scheiß doch drauf weißt du was kostet die welt einfach alles nehmen also guck dir mal meine karten an was soll das denn richtig gut jawoll boah alter wie kacke ist das denn ich seh den jetzt um hier das ist ein spiel das ist echt jenseits von gut und böse bewegen wir uns hier so friss jetzt hier du stück was zum fick den krieg ich ja hoffentlich ach ja kriegst du was ich dachte schon du hast jetzt boah dieser kackspaten von zauberer hat das wieder zurückgeworfen wir hätten den zauber killen können kann das sein müssen wir wir hätten ihn vielleicht killen sollen sogar ach ey das wird ein langer tag ach oh ja wie sieht das denn aus ach ich hab sogar auf aufnehmen gedrückt das ist cool wow ach endlich ich hab keine negativen effekte mehr jetzt gibt's auf den sack ja guck also dem hier vorne geb ich schon mal einen auf die Hirse so wie viel hat der noch? sechs ne? äh sechs ja alles klar oder? ja hör wie? ich wurde doch geblockt labern ich hab doch meine Rüstung an ach ja stimmt ja aber du die Rüstung blockt nur Karten ab die noch dazukommen die kann keine vernichten die schon drauf sind glaube ich alter mühsam genährt sich das Eichhörnchen ich hab dem nicht mal Schaden zugefügt ja also ich bin damit jetzt durch Alter was ein Scheißspiel hammerhart und jetzt? wo läufst du hin? oh ich dachte ich wollte die weg ich wollte die eigentlich wegschmeißen ne du bist noch am ziehen klick auf dich drauf dann kannst du dich ja genau oder so dieses Spiel ja ah die wollte ich gar nicht oh weil diese Karten hier sind durchgerollt egal ich brauch gar keine Rüstung hallo ja du stehst eh ganz in der Ecke da kommt eh keiner mehr ich bin viel zu awesome ja ich zieh mich jetzt einfach aus und dann mach ich die nackt platt so jetzt fick den doch weg warum schützt du dich denn? alter ich flipp aus hier ich kann ich kann den Chopper machen ja dann choppt den Chopper aber ich kann nicht laufen guck mal ey du kannst den doch hier straight einen ins Gesicht hauen oder nicht mit dem Chop du bist erst so alt ja aber nur einem ich will aber zwei Leute treffen soll ich dir aus dem Weg gehen? mach den kannst du einen weg machen? kannst du weg laufen? ne leider nicht ja siehste ich nämlich auch nicht das ist das Problem ähm hack mal einen um damit ich hier rauskomme am besten den Zauberer alles klar solange heile ich dich damit ich auch was sinnvolles mit meiner Runde anfangen friss ja das ist doch top weil jetzt kann ich mich neben dich stellen Double Kill machen so und Double Kill machen genau ach boah gott sei Dank was ne Geburt ey das war aber doch wohl ziemlich taktisch gut oder? das hat Leia ich finde den aber ziemlich ordentlich gemacht hm? ja 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 Collect Loot hier Treasure Treasure I was warned to keep Ropes kann ich nicht benutzen also ja gut Battle Continue Battle Beginn Battle so ach das war dann die da der da komische Boss ach der Goblin Hulk ach der kriegt jetzt direkt ins Gesicht eben komm mal den drücken wir jetzt direkt und sein Schwannik ins Gesicht da war's das schon war das nicht der Typ der immer so abgehauen ist? mhm so jo der gibt's dir halt auf den Sack würde ich mal sagen au was war das denn jetzt? ja kein Ding was wo sind meine was zum Teufel wo bist du hin Robin? ähm ich bin tot ich kann nichts mehr machen ich hab keine Karten mehr warum sind meine Karten weg? ich bin tot alter wie hast du das denn geschafft oh shit mach ihn fertig rech mich los uuuh oh god ich bin so tot alter nein du schaffst das ich bin tot wir haben schon beim zweiten Level versagt jaaa ein bisschen wat knuspert da so? wat raschelt da so? äh Kekse alter du weißt schon dass du mit Facecam aufnimmst ne? mhm vielleicht so pass auf ähm nein ich hab ja nicht gefuttert ich hab nur versucht sie wieder zuzumachen aber es geht irgendwie nicht der Schnupsi ist zu klein ist das nicht scheißegal? wenn die Ding jetzt da stehen als ob jetzt so ne riesige Wespe kommt die Ding einfach greift um jetzt rück auf Battle ja ich hab auf Battle geklickt so und jetzt ohne sterben du bist der Heiler ja gut dann geh ich jetzt wir stehen auch schon falsch rum dann geh ich jetzt ja wir stehen ziemlich schlecht aber du kannst ja laufen lass den Idioten mal laufen ja blatt mal stehen pass auf dann geh ich jetzt hier hinter oder? nein da kann ich nicht angreifen das ist kacke steh ich da neben dann geh ich jetzt hier hinter so ja dat war dein ne? du weißt bescheid alter elf Schaden huuuuuh oh shit ich muss hier weg ne? sind die stärker geworden oder so? ja geh mal weg ich geh mal rennen so alter der macht einen Schaden in der ja verpiesel dich doch mit der fucking Karte ich kann ich hab meine riesige Rusty Amor hier im im Bild ich kann nix anderes auswählen ja mach nochmal rechtsklick geht nicht spitzen spiel meine Damen und Herren ich muss mich heilen es geht nicht anders ich kann nix mehr machen warum nicht? ja ich hab nur noch meine riesige Rusty Amor du kannst ich hab eigentlich noch zwei Angriffe äh und du kannst nicht irgendwie an den Bildschirmrand klicken oder sowas irgendwie was machen ne geht nicht vielleicht wenn die Runde endet alter ich hätte ihm jetzt aber noch voll viel Schaden drücken können da da ist der Schaden nämlich jetzt geh ich drauf ja deine Rusty Amor ist jetzt aber verbraucht da und weg oh shit meine Fresse ey ich heil mich jetzt hoch und dann gebt ihr mehr Damage und dann kriegt ihr den vielleicht sogar kaputt na in der nächsten Runde aber erst hä aber ich kann hier oh ja ok alter was ein Spiel ey yo Frenzy und soll ich weglaufen und heilen oder? ach quatsch Frenzy und Gibi aufs Gesicht ja das ist jetzt natürlich die Cheaterei vom Game Master ja der hat noch ne Waffe mit elf Schaden ne ja vorbei 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 boah das ist aber nicht fair nochmal nein das die Folge ist vorbei wenn ihr wissen wollt wie das hier zu Ende geht dann schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein bis dahin tschüss tschüss dazu tschüss tschüss tschüss